Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Es gibt neue Informationen zu Call of Duty AB und zwar wissen wir jetzt, was Master Prestige ist und wir wissen, wie man Elite-Waffen freischalten kann bzw. verdienen kann. Erstmal zu Master Prestige. Master Prestige ist jetzt nicht eine einzige Prestigestufe, die man irgendwie bekommt, sondern es gibt ganze 15 neue Prestigestufen. Und zwar kann man eben komplett alle Stufen nochmal durchmachen und die Embleme, die seht ihr im Hintergrund, das sind eben diese normalen Embleme, jetzt in Gold gefasst. Sieht ziemlich schick aus, wie ich finde und gefällt mir auch besser, als irgendwelche hässlichen Lösungen mit römischen Zahlen, wie man es ja zum Beispiel bei MW3 gehabt hat. Das heißt, dort haben mir diese neuen Prestigestufen nicht so wirklich gut gefallen. Was man auch noch bekommt, wenn man Prestigestufe 15 erreicht innerhalb von Master Prestige, ist dieses Exoskelett, was man gerade im Hintergrund sieht. Das gefällt mir auch ziemlich gut, wurde ja vor einiger Zeit auch schon angeteased und ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz nette Belohnung für alle Leute, die eben komplett bis zum Ende durchleveln. Dann kommen wir jetzt mal zu der Frage, wie man Elite-Waffen freischalten kann. Und zwar ist das mit diesen Prestigestufen verknüpft. Das heißt, man bekommt pro Prestigestufe, die man eben in Master Prestige erreichen kann, eine spezielle Elite-Waffe. Wenn man Master Prestige 1 erreicht, die BAL 27 Obsidian Steed, bei Prestige 2 die MP11 Goliath, bei Prestige 3 bekommt man die Maw Silver Bullet, bei Prestige 4 bekommt man die TAK 19 Sledgehammer, Prestige 5 schaltet die Polar Vortex EM1 Variation frei, Prestige 4 schaltet die ARX 160 Steelbyte frei, Prestigestufe 9 die AMR 9 Pro Pipe, Prestigestufe 8 dann die Amelie Valehorn, Prestigestufe 9 die AE 4 Gigawatt, Prestigestufe 10 die EMR Sander Tusk, die Prestigestufe 11 die SN6 Money, die Prestigestufe 12 die AM1 Speak Easy, die Prestigestufe 13 die Pyratec Loophole, Prestigestufe 14 schaltet dann die HBR A3 Bierfist frei und Prestigestufe 15 dann die ASM1 Strider. Das bedeutet, wenn man Elite-Waffen freischalten will, dann muss man das eben über dieses Master Prestige System machen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass irgendwann noch so ein Marktplatz kommt für Elite-Waffen, das ist dadurch natürlich noch nicht ausgeschlossen. Sobald es dazu weitere Informationen gibt, werde ich euch natürlich darüber informieren. Der Zeitpunkt für diesen Patch, für dieses Master Prestige und so weiter ist auch noch nicht fest, allerdings kommt das noch dieses Monat. Sobald es dazu irgendwie ein Datum gibt, dann werde ich das auf Facebook posten. Das heißt, da könnt ihr dann auch eben mitbekommen, wann das soweit ist. Und ja, das war es dann mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf welche Waffe ihr spielen werdet, welche Waffe würdet ihr gerne haben. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich persönlich werde jetzt erstmal auf keine spielen, denn ich bin noch nicht mal im ersten Prestige und die Zeit und die Nerven da jetzt komplett durchzuleveln, durchzuleveln, die habe ich im Moment nicht wirklich. Ja, ansonsten war es das dann mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und falls ihr weiterhin Call of Duty Videos sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.